12-Jähriger stirbt nach Unfall mit Trecker auf Erlebnisbornhof in Borkholzhausen. Auf dem Erlebnisbornhof Bauer Bernd in Borkholzhausen hat sich am Donnerstagvormittag ein Unfall ereignet. Ein Junge ist dabei gestorben. Starten Sie jetzt Ihren kostenlosen Probemonat. Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App NOS News stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung. Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um den kostenfreien Probemonat ab, um den kostenfreien Probemonat ab.